Und genauso wie die Sägeblätter da unten, die überspringen wir großzügig. Ja, ja. Ho, ho. Schwissensequenz. Ich will mir, dass ich nicht zu spät bin. Alles geschieht wie zuvor. Nein, ich darf ihn nicht durchlassen. Ha. Es tut mir leid. Die Maske, sie ist locker. Und nun sind wir wieder wir selbst. Ja, wir sind wieder der edle, schöne Prinz. Verblüffend, nicht wahr? So, die Maske des Todes hat uns das jetzt eben ermöglicht, hier sicher durchzukommen. So, ich darf hier nicht zurückspulen, da ich den ganzen Sand brauchen werde. So, und zwar nötiger als alles andere, da die Herrscherin nämlich extrem biestig sein wird bei diesem Kampf. Jetzt habe ich auch schon verraten, gegen wen es geht. Ja, es geht gegen die Herrscherin natürlich mal wieder. Gegen wen denn sonst? Aber wer der zweite Gegner ist, also wenn wir das andere Schwert einsammeln, gegen wen wir da kämpfen, das werde ich mal nicht verraten. Hey, geil, ich konnte den Bug mal wieder ausnutzen. Geil, den haben sie noch drin. Hehehehe. Okay, da liegt das Schwert wieder, aber ich glaube, das können wir diesmal nicht einsammeln, weil nämlich dann direkt die Zwischensequenz kommt. Sicherheit selber werde ich hier mal speichern. Nur für den Fall der Fälle, weil ich darf es nicht einsammeln, selbst wenn ich es noch so sehr will. So, gespiegelte Schicksal wird überschrieben. Ja, da haben wir es doch jetzt gleich. Ah, ne, kommen vorher die Cuts hin. Hm. So, ich habe mal nur kurz geguckt, wie die Festplatte aussieht. Die Festplatte sieht gut aus. Ich habe noch 400 GB Speicher frei. Das heißt, ich kriege hier doch noch alles drauf und kann das wegrendern. Yay. So. Natürlich wissen wir diesmal Bescheid, was Kailina vorhat. So, welch mir den scheiß Schwertern da. Es muss nicht auf diese Weise enden. Kommt mit mir. In die Gegenwart. Damit ihr mich in eurer Zeit töten könnt, statt ich euch in meiner? Oh, oh. Es tut mir leid. Aber nur einer von uns kann das Schicksal heute überwinden. Scheiße, jetzt Panik. Ähm. Schnell, schlag die Wand ein. Ham. Kailina, Herrscherin. Hört mich an. Nein. Nun hört ihr zu. Das Buch der Zeit sagte, ihr würdet mich töten. Aber ich werde es ändern. Boah. Stoß sie rein. Stoß sie rein. Okay. Wir gehen natürlich direkt hinterher. Hauptsache, die Zwischensequenzen geht nochmal ab hier. Das ist natürlich sehr wichtig. So, und hier werde ich jetzt nochmal speichern. Und wenn der PC hängt sich auf, dann schmeiße ich das Ding aus dem Fenster. So, wir speichern hier zur Sicherheit nochmal. Der Tod eines Prinzen. Spiel überschreiben. So, hier habe ich auch beim anderen Spielstand gesaved. Das heißt, beim anderen Spielstand mit dem Wasserschwert geht es dann direkt hier los. Was ist denn auf mein Bildschirm? Achso, das ist die Reflexion von der Schreibtischlampe, die ich hier habe. Ja, ich habe eine Schreibtischlampe, ja. Ähm, kannst du bitte... Vielen Dank. So, und nochmal hier entlang. Das kennen wir ja bereits alles. Diesmal sind auch keine hässlichen Viecher hier, die uns auf den Piss gehen. Nein, wir müssen nach oben. Und dann geht es jetzt gleich los in den Endboss-Kampf. Und dann haben wir das Spiel auch schon fast fertig. Macht mich ein bisschen stolz. Wieder ein Projekt fertig. Das geht hier ratzfatz. Das ist auch eine gute Partzahl. Ich glaube, es sind gerade mal so 40, 50 Parts. Huah. Ich weiß, was ihr glaubt, im Buch der Zeit gesehen zu haben. Dann wisst ihr, dass ich keine Wahl habe. Es gibt immer eine Wahl, Kailino. Dann wähle ich das Leben. Und ihr bekommt den Tod. Aha. Okay, okay. Wie gesagt, die wird bißlich sein hier. Das heißt, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Na, danke. So viel zum keinen Fehler erlauben. Ja, komm. Ich kann ja nicht zurückweichen, ey. So, mit meiner Zeit, du besetze dich gleich mal dagegen. Und fölge ihr hässliche Schmerzen zu. Das hat wohl nicht so geklappt, wie es dir gedacht hast, hä? Warum belästet ihr mich? Verdammt. Ich muss mal kurz zurückspulen. Ich brauche die Energie. Ich hätte einfach weiterhin blocken sollen. So, jetzt drinnen. Draufhauen hier. Drauf. Auf die Mutti. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Zurück, zurück. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm. Lass dich doch nicht so ans Eck drängen, du Depp. Mann. So, ab, zack, ins Kreuz hier. Bangs, bangs. Zack. Zack, slash. Wow. Wir können das Schicksal bezwingen. Das ist nicht, was bei unserem ersten Kampf geschah. Beim ersten Kampf? Das ist es, was ich euch zu erklären versuche. Wenn ihr mir nur Gelegenheit gäbe. Genug der Worte, Prinz. Wenn ihr nur reden könnt und nichts vorzuweisen habt, dann lasst es uns beenden. Es tut mir leid. Okay, jetzt kommen die hässlichen Sand-Tornados. Und ich sage euch, die machen auch richtig Damage. Ja, vielen Dank. Der ist einfach mal so vor mir gespawnt, die dumme Sau. Wow. Aber das Gute ist, die Teile geben uns Sand. Ja, oder bringen uns um. Dankeschön. Jetzt kann ich den Kampf direkt vergessen. Scheiße, hau ab. Hau ab, ihr scheiß Dinger. Gebt den Sand her. Löst euch auf. Löst euch auf. Löst euch auf. Komm, löst euch endlich auf. Komm. Wollt ihr die Sandwolke fallen lassen? Wo ist die Sandwolke? Hey, komm schon. Das ist doch mies. Ist jetzt noch mehr los, oder was? Nee. Ich glaube, solange ihr noch könnt. Komm, komm, geh zurück. Die trifft mich jedes Mal. Weil ich nicht zurückweichen kann. Komm, mach hier Damage, Junge. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber okay. Haben wir halt keinen Sand mehr. Ist der erste Kampf schon verloren? Ah, hau ab. Oder? Ist der Kampf verloren? Ich kann nicht zurückweichen. Ich muss gucken, dass ich richtig zuschlage. Keine Chance. Ich muss mir der Zeitlupe dagegen setzen. Das kann ich aber nicht ohne Sand. Okay, auf ein neues. Hoffentlich wird es nicht so lange brauchen wie der Scheiß-Endboss bei Chayana Sisters, sonst kriege ich einen Vogel. Ja, komm, okay. Wir fangen direkt hier an. Das heißt, wir müssen den ganzen Scheißweg nicht nochmal laufen. Bitte einmal schnell vorlaufen. La, 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 la. Oh, 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 oh. Wow, die kommt direkt zur Sache, die gute Frau. Ja, und halten wir direkt mal die Verte... Ja, 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 ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Ganz okay. Ja. Ja komm, ich kann nicht zurückweichen Das zieht die mir jedes Mal ab Das kotzt mich an Dass die mir jedes Mal diese Energie abzieht Ja komm, ich hab keinen Bock auf das Spiel Das kotzt mich an Du sollst damit aufhören Mir Damage zu machen, wenn ich block Du blöde Fotze Komm, stirb Endlich zur Hölle Ja, na sicher Boah, ich werd langsam aggressiv, ey Ja Mann, geh mir auf den Sack Du Pusse, ey Ja genau, ich kann aber nicht Zurückweichen Komm, ich setz direkt nach Ja super Du blödes Miststück, ey Wow Okay, die Sandtornados kommen wieder Ich hoffe, die geben diesmal alle Energie Beziehungsweise Sand Nein, 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 nein Oh Gott, oh Gott Wow, abhauen, abhauen, abhauen Sehr gut, sehr gut, sehr gut Sehr gut, Prinz Sehr gut, Prinz Der Erste hat sich aufgelöst Dankeschön Ja, das war sehr geil Das war eine absolute Frechheit Das war eine Das ist doch eine absolute Frechheit Okay, da hinten Sand Und nochmal Sand Das heißt, wir sind wieder gut bestückt mit Sand Energie Naja Könnte besser sein Zack Auf die Schnauze Was ist denn das hier? So Dann machen wir mal hier Ordentlich Damage, du Das geht mir auf den Zeiger allmählich Das Gehäffel hier Ja, na sicher, ey Genau Du dämliches Stück, du Zack Komm her, ey Ja, na sicher Die trifft mich auch zweimal mit Ultra Damage Na, das ist schon klar Der Nächte, bitte Ja, na sicher Ja, komm Ja, komm Da, 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 da Gib ihr